Die Präzibitin-Reaktion ist eine Methode, um den Verwandtschaftsgrad mithilfe molekular-biologischer Homologien zu ermitteln. Möchte man beispielsweise herausfinden, ob der Mensch näher mit dem Schimpansen oder mit dem Gorilla verwandt ist, so gibt diese Methode Aufschluss darüber. Zunächst wird das sogenannte Humanserum benötigt, welches man gewinnt, indem man einem Menschen eine Blutprobe entnimmt. Diese Blutprobe lässt man einige Zeit in einem Reagenzglas stehen, sodass sich die festen Bestandteile im unteren Bereich des Reagenzglases ablagen und oben die restliche Flüssigkeit, das Plasma ohne Fibrinogen, auch Blutserum genannt. Daraufhin wird dieses Blutserum einem Kaninchen gespritzt. Die Eiweiße werden vom Immunsystem des Kaninchens als körperfremde Stoffe, sogenannte Antigene, erkannt, worauf diese nach einiger Zeit sogenannte Antikörper bilden. Die Antikörper passen wie ein Schlüssel zum Schloss, zur Oberfläche der menschlichen Antigene und besitzen für diese mehrere Bindungsstellen, wodurch es zu einer Verklumpung kommt. Die Antigene werden dadurch unschädlich gemacht. Nach einigen Wochen wird diesem Kaninchen dann Blut entnommen. Mit dem Kaninchenblut führt man das gleiche Verfahren zur Trennung des Serums von der Flüssigkeit wie beim Menschen durch und gewinnt so ein neues Serum, das Anti-Human-Serum, welches Antikörper gegen menschliche Serumproteine enthält. Mischt man dieses Anti-Human-Serum nun mit dem menschlichen Serum, so gibt es eine 100%ige Präzipitation. Da diese Antigene sofort von Antikörpern bekämpft werden. Mit der Herstellung des Anti-Human-Serums ist die Grundlage geschaffen, um den Verwandtschaftsgrad von verschiedenen Arten zu ermitteln. Um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen, stellte sich beim Vergleich der Ausfällung heraus, dass der Mensch mehr mit dem Schimpansen als mit dem Gorilla verwandt ist.